Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies. In diesem Video möchte ich gerne einmal auf Nell Asa, auf Bellet Power und auf Infineon eingehen, denn die drei Unternehmen haben ihre Quartalzahlen vorgestellt. Ich möchte mir also einmal die Quartalzahlen angucken und dann gucken wir nochmal in den Chart rein, was also die nächsten Widerstände, Unterstützung und so weiter wären. Fangen wir mal an mit Nell Asa, da gibt es aber auch neue News zu und zwar wird man jetzt mit First Solar zusammenarbeiten, einfach mit dem Plan natürlich möglichst günstig Wasserstoff herzustellen. Das Ziel ist es einfach der günstigste Wasserstoffhersteller zu sein und das Ganze soll dann erreicht werden mit Solarenergie, also der günstigste Wasserstoffhersteller, der Solarenergie benutzt. Darum geht es halt und das Projekt wird jetzt halt vorangetrieben und das wird ausgebaut. Das kam zu den Quartalzahlen, kommen wir jetzt aber mal direkt zu den Quartalzahlen, ihr könnt es hier schon sehen, minus 11,45% und das liegt einfach daran, dass im Prinzip die Erwartungen einfach höher waren. Nell Asa hat einen Umsatz von 156,9 Millionen norwegischen Kronen gemacht, das Ziel bzw. die Schätzung waren aber 198 Millionen norwegische Kronen, das heißt also wir sind dort ziemlich stark unter den Erwartungen geblieben und auch vom Gewinn bzw. bei Nell Asa vom Verlust her sind wir ziemlich stark unter den Erwartungen gewesen, das könnt ihr jetzt hier sehen. Wir haben eine Schätzung von minus 0,13 norwegischen Kronen pro Aktie und das endgültige Ergebnis waren dann aber minus 0,45 norwegische Kronen, das heißt also auch das Ergebnis bzw. die Schätzung hier haben wir weit untertroffen, um das mal so zu sagen. Die Bücher für die Aufträge sind prall gefüllt, dort geht es insgesamt um 1,09 Milliarden norwegische Kronen, das ist also viel mehr als es jemals war, das sind 80% mehr als es beim letzten Mal waren. Und da muss man jetzt einfach dazu sagen, das ist natürlich stark auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man halt einfach die Erwartungen von dem, was jetzt passiert ist, untertroffen. Und da hatte ich ja gestern schon mal drüber gesprochen, auch bei Siemens Gamesa war das so ein bisschen so, dass man mehr erwartet hat, dass die Gewinne jetzt schon da sind und das ist halt nicht der Fall gewesen, haben wir gestern schon drüber gesprochen und das ist heute bei Nell Asa auch nicht der Fall. Weil dementsprechend wurde die Aktie ziemlich abgestraft. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Chart und wir können jetzt hier sehen, minus 12% ungefähr bewegt sich natürlich noch, der Markt ist ja noch offen. Wir haben jetzt einmal den Aufwärtstrend, wir haben jetzt einmal hier einen Aufwärtstrend ab September gehabt, da muss man sagen, der ist jetzt gebrochen. Und wir sind jetzt hier so ein bisschen in so einem Bereich von der Unterstützung, so zwischen 2047, also norwegischen Kronen und 2151, dort sind wir jetzt gerade mittendrin. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eventuell nochmal hier in Richtung 2047 laufen, das heißt also, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter fallen und dass dann wieder eine Gegenbewegung kommt. Also eventuell ein Rebound, vielleicht wieder in Richtung 2150 ungefähr. Das wäre zumindest in der nächsten Zeit dann realistisch. Sollten wir über diese 2150 kommen, kann ich mir vorstellen, dass wir fürs Erste wieder so eine Seitwärtsbewegung haben werden, wie hier. Sollten wir auch hier unter die 20, norwegischen Kronen und 50 kommen, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir eventuell so roundabout in diese Richtung hier fallen, also Richtung 18, norwegischen Kronen, 22. Das wäre zumindest realistisch, was auch realistisch wäre, wäre ungefähr hier die Linie, also Richtung 19, norwegische Kronen, 83. Sollte sich der Kurs hier wieder relativ schnell erholen und wir gehen hier sehr, sehr schnell wieder auf diesen Aufwärtstrend zurück, kann ich mir auch durchaus vorstellen natürlich, dass wir dann irgendwann im Laufe der nächsten Zeit, also ich sag mal relativ kurzfristig noch, innerhalb der nächsten drei Monate zum Beispiel, hier wieder in Richtung 27, norwegische Kronen ungefähr kommen. Das war es also einmal zu Nellase. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell von Nellase oder von Wasserstoff haltet. Ob ihr das Ganze nicht übertrieben gehypt findet oder halt schon, kommen wir jetzt mal zu Ballot Power. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren und liken, dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns da auch immer drüber. Hier bei Ballot Power kommen wir jetzt auch nochmal zum Quartalsbericht, einmal ganz kurz davor gesagt, die gelbe Linie ist im Übrigen der vorbörsliche Kurs, der hier stimmt noch nicht, wir sind gerade bei 17 US-Dollar und 88. Wenn man sich die Schätzungen anguckt, dann hat auch Ballot Power hier ziemlich enttäuscht. Ich rechne das Ganze jetzt einmal in US-Dollar um. Die Schätzungen für den Umsatz lagen bei ungefähr 26 Millionen US-Dollar geworden, sind es dann tatsächlich nur in Anführungszeichen 17,6 Millionen US-Dollar, was halt schon sehr, sehr schwach ist vom Verhältnis her. Wenn wir uns jetzt nochmal den Gewinn bzw. Verlust die Aktie angucken, dann können wir sehen, geschätzt waren minus 0,05 geworden, sind es aber letztendlich minus 0,06. Das heißt also auch dort ist man an den Schätzungen dran vorbei, nach unten hin abgerauscht und das ist natürlich generell jetzt nicht gerade gut fürs Unternehmen gewesen. Wir können jetzt hier sehen, wir waren schon eh bei minus 7,36% während des Börsentages gestern. Und wenn man sich das Ganze dann heute nochmal anguckt, Preisspanne können wir jetzt einmal hier sehen, sind wir aktuell ungefähr minus 11,8% nochmal im Minus. Das heißt also Ballot Power hat wirklich enttäuscht, auch was den Chart angeht, sieht es gerade ja nicht so gut aus. Wir sehen jetzt hier diesen Abwärtstrend und der wurde halt auch noch immer nicht gebrochen. Wenn wir uns jetzt den Chart einmal mal ein bisschen genauer angucken, dann können wir jetzt hier sehen, wir sind jetzt halt gerade auf dieser gelben Linie. Dort war eigentlich so die letzte stärkere Unterstützung bei 18,31, also US-Dollar in dem Fall natürlich. Man könnte jetzt hier ungefähr von dieser Linie hier nochmal ausgehen, dass wir hier jetzt ungefähr nochmal eine relativ gute Unterstützung haben bei 16 US-Dollar und 89. Die könnte auch durchaus halten. Die Frage ist so ein bisschen, wie sich das Ganze jetzt auch weiterentwickelt. Wenn dieser Hype um den Wasserstoff, der ja eh schon so ein bisschen abgeflacht ist, haben wir bei Nel Aza gesehen, sehen wir bei Ballot Power, sehen wir auch bei Plug Power und so weiter. Wenn der jetzt so ein bisschen wiederkommt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch eventuell diesen Abwärtstrend relativ schnell wieder brechen und eventuell hier so in die Richtung 24, 25, 26 US-Dollar wieder gehen. Sollte dieser Hype aber nicht mehr wiederkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt fürs Erste mit diesem Abwärtstrend erstmal weiterlaufen. Meinetwegen hier erstmal Richtung halt 17 US-Dollar, eventuell mit Pech auch Richtung 14 US-Dollar und 50. Das ist nur meine Meinung. Es kann natürlich auch komplett anders laufen. So sieht es aber hier aktuell, wenn man sich den Chart anguckt, auch aus, als würde es jetzt nicht gerade die große Gegenbewegung geben, gerade nach einem Tag von minus 7,36% und dann heute halt vorbörslich auch wieder minus 12%. Kommen wir jetzt nochmal zu unserem letzten Thema und zwar Infineon, denn auch Infineon hat ja die Quartalzahlen wie gesagt vorgestellt. Langfristig sind wir natürlich im Aufwärtstrend, glaube ich, kann man sehr, sehr gut hier so sehen. Wir hatten hier auch einen kürzerfristigen Aufwärtstrend, der gebrochen ist. Ich nehme den jetzt einfach mal raus, haben jetzt hier im Prinzip einmal eine Unterstützung, so Richtung 31,50 Euro und die ist natürlich noch relativ weit weg. Wir können ja sehen, Infineon ist auch nur noch bei minus 3,04%. Wir waren heute auch zwischenzeitlich schon mal bei minus 6%. Also Infineon hat sich relativ gut wieder erholt. Kommen wir jetzt mal zu den Quartalzahlen von Infineon. Dann können wir jetzt sehr, sehr gut sehen, dass der Umsatz leicht höher ist als die Schätzungen. Die Schätzungen lagen bei 2,688 Milliarden Euro. Das tatsächliche Ergebnis liegt jetzt bei 2,7 Milliarden Euro. Beim Gewinn je Aktie, das können wir hier unten jetzt wieder sehr schön sehen, hier ist es auch schon eingetragen, sind die Schätzungen bei 0,25 Euro gewesen und letztendlich geworden sind es dann 0,24 Euro. Das heißt also bei den Gewinnen ist man ganz leicht unter den Erwartungen gewesen und deswegen wurde man hier auch so ein bisschen abgestraft. Infineon natürlich trotzdem sehr, sehr starke Zukunftsaussichten. Man wird jetzt auch weiterhin ausbauen und sehr, sehr viel investieren, ansonsten gibt es eigentlich keine großartigen News zu Infineon. Wenn wir uns jetzt den Chart angucken, sehen wir, wir sind so ein bisschen in einer Seitwärtsbewegung. Hier zwischen 36 bzw. 37 Euro und 31,50 Euro. Das können wir sehen, hier haben wir eine relativ starke Unterstützungszone. Und das sieht aktuell ja auch nicht danach aus, als würden wir jetzt unter diese Unterstützungszone kommen. Können uns jetzt hier aber nochmal angucken. Hier haben wir ungefähr nochmal eine Unterstützung bzw. jetzt einen Widerstand. Dann wird interessant, ob wir Tagesschlusskurs vielleicht sogar wieder hier auf diesem Widerstand drauf sind. Also dann über 32,83 Euro. Sollten wir wieder auf diesem Widerstand sein, sprich dann wäre es ja wieder die Unterstützungslinie. Dann kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sogar im kurzfristigen Bereich, also die nächsten drei Monate eventuell, wieder Richtung Allzeit hoch gehen. Sollte das nicht so sein, sollten wir jetzt hier unter erstmal bleiben. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt hier vielleicht erstmal pendeln zwischen diesen 32,86 Euro und im schlimmsten Fall dann hier vielleicht 31,16 Euro. Sollten wir auch hier unter ausbrechen, wäre durchaus realistisch, dass wir erstmal in Richtung 200-Tage-Linie gehen. Das ist die blaue Linie hier, also so ungefähr Richtung 30 Euro. Das wäre durchaus realistisch. Dann hätten wir hier ungefähr auf diesem Bereich oder in diesem Bereich auch noch eine Unterstützung, die halt ganz knapp da unterliegt, also so bei 29,90 Euro. Das wäre dann dementsprechend so die nächste Spanne, die ich mir vorstellen könnte. Generell zu den Unternehmen nochmal, wenn man jetzt an die Unternehmen langfristig glaubt, kann man das ja auch durchaus immer nachkaufen. Ich würde dann aber zum Beispiel bei Ballot Power nicht unbedingt jetzt gerade in diesem Abwärtstrend einkaufen, sondern eher nochmal ein bisschen warten. Bei Infineon wird sich das Ganze so ein bisschen jetzt innerhalb der nächsten Tage zeigen, in welche Richtung sich der Kurs entscheidet, also ob der Kurs steigen wird oder halt fallen wird. Und dann wird das relativ interessant. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Infineon nochmal hier im unteren Bereich bei 31,10 Euro einzusteigen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.